Das ist ja auch wirklich bestürzend und beschämt, was hier in dieser Bundesrepublik Deutschland mittlerweile los ist, dass bei so einer Großrazzia, die ja in der Verhältnismäßigkeit 3000 Beamte beispiellos gewesen ist, wie man da auch so Rentner losschickt und letztendlich so die ganzen Themen außer Acht lässt, wie zum Beispiel, dass wir offene Grenzen haben, viele Illegale innerhalb unseres Landes, eine explodierende Kriminalitätsrate. Ich kann das auch alles verstehen, wenn man sonst nichts in diesem Land im Griff hat, dann sucht man sich ein Thema, worauf man sich stürzt, wo man vorher auch die Medien eingeweiht hat. Und da fragt man sich natürlich schon, zu welchem Zweck das alles ist. Was wir die letzten Tage ja erlebt haben, teilweise durch die Medien, richtete sich ja nur explizit gegen die AfD. Frau Weidel hat es gerade auch angedeutet, dass es ja auch ehemalige Stadtrat zum Beispiel der CDU hier mit dabei war. Also es gibt Verwirrte im Milieu in diesem Bereich in vielen Parteien. Und von diesen Leuten muss man sich dann notfalls auch trennen. Das ist ganz klar. Da hat die Anhörung gestern im Innenausschuss ein ziemlich klares Bild gegeben. Also es gibt erst mal überhaupt gar keine Erkenntnisse über einen konkreten Umsturzplan. Der war ja überhaupt nicht, der ist nicht da. Es geht nur, das Ganze basiert nur auf Vorstellungen. Von einem Prinzen, der sich selbst so nennt, vielleicht ist er wirklich eine, weiß er nicht. Im Frankfurter Westend. Der hatte einen Ordner mit der Beschriftung in Anführungsstreichen BRD fertig. Und es sind keine konkreten Pläne gefunden worden oder liegen vor. Es sind reine Vorstellungen. Das wurde ja gestern zugegeben. Also dementsprechend ist das alles ziemlich dürftig. Und bisher konnten auch, ich lese das mal vor, keinerlei substanzielle Fähigkeiten zum Handeln, also eines Umsturzes, untermauert werden. Auch das ist nicht gegeben. Also ich frage mich eigentlich, worauf dieser ganze Popanz und Beamteneinsatz eigentlich fußt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bei diesem ganzen Aufriss, der hier veranstaltet wurde und bei dem letztendlich, was gestern aus der Anhörung im Innenausschuss rauskam, ist das alles so dürftig, wenn sich das in den nächsten Tagen nicht ändern sollten, werden wir einen Untersuchungsausschuss fordern, dass man sich die ganze Sache auch anguckt, auch hinsichtlich des Amtsmissbrauchs. Es wurde von 90 Waffen gesprochen. Bislang ist noch nicht bekannt, inwieweit die Waffen legal erworben wurden beziehungsweise auch illegal im legalen Besitz sind. Also auch diese Antworten sind uns immer noch schuldig, sind immer noch die Behörden uns schuldig geblieben. Genauso wurde ja von Armbrüsten gesprochen, die gefunden wurden. Also jeder Bürger kann sich in diesem Land legal eine Armbrust kaufen. Es ist nicht verboten. Also auch das muss man wissen. Und auch was die Bargeldfunde angeht, besagt ja nichts, dass es illegales Geld ist, in welcher Form auch immer man das auch gebraucht hat. Also das muss erst mal aufgeklärt werden, bevor wir hier mit Fantasien in den Raum hineingehen und auch mit Vorverurteilung, wie wir es gerade angesprochen haben. Also diese Ergebnisse muss man einfach erst mal abwarten. Also dadurch sind durch diese ganzen Mechanismen, durch den Gleichlauf von Medien, der Behörden und des öffentlichen Drucks und der Vorverurteilung, ich meine, diese Menschen haben anscheinend überhaupt gar keine Persönlichkeitsrechte mehr. Ich halte das für unglaublich, was hier vor sich geht. Und dann ableitend plant Frau Faeser eine Änderung des Beamtenrechts mit einer Beweislastumkehr. Im Beamtenrecht, Frau Faeser möchte das gerne so haben, soll später hinterlegt werden. Es reicht ein pures Gerücht, wie das damals bei den Hexen gewesen ist, bei der Hexenverbrennung. Da reicht ein reinstes Gerücht, dass ein Beamter in irgendeiner Form rechtsextrem ist. Es reicht die pure Behauptung. Und der Beamte kann dann einfach rausgeschmissen werden, aus dem Dienst entfernt werden, ohne Vorlage vom Beweisen. Und der Beamte muss dann, nachdem er rausgesetzt wurde, selbst nachweisen, dass er es nicht ist. Wie kann man eigentlich herumschwurbeln mit Begriffen wie ein Staatsstreich? Mit einem Staatsstreich sind nicht irgendwelche periphere Truppen gemeint, die mit dem Rollator irgendwo im Westend in Frankfurt abgeholt werden oder eine Tarotkartenlegerin oder sonst wo. Sondern mit einem Staatsstreich ist gemeint, dass sich tragende Institutionen des Staates zusammenrotten und die Regierung stürzen wollen. Hier wird man mittlerweile instrumentalisiert, politisch instrumentalisiert, was wir die letzten Tage erlebt haben, auch in Form der Medien, die hier eine Sondersendung jagt die nächste. Also ich hätte mir wirklich diese Berichterstattung bei Gewalttaten, die in Deutschland stattgefunden hätten, gewünscht, wo es wirklich auch den Bürgern hier im eigenen Land um die körperliche Unversehrtheit gibt und auch vor allen Dingen um die Gefahr für Schulkinder auf dem Schulweg. Das treibt die Bürger in diesem Land massiv um. Und da hätte ich mir, so wie wir es auch eingangs gesagt haben von Frau Innenministerin Faeser, deutlichere Worte gewünscht und auch in Zukunft ein Konzept, wie wir diese Gewalttaten verhindern können in diesem Land.